Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich dieses Video überhaupt machen soll. Da das ja thematisch nicht so richtig in meinen Kanal passt. Da es ja nichts mit Animes und Mangas zu tun hat. Aber meine Videos zu Promi Big Brother sind letztes Jahr sehr gut angekommen. Also habe ich mir gedacht, ich ziehe es einfach mal gnadenlos durch und mache mal so ein Fazit, jetzt wo die Sendung Promis unter Palmen für Geld mache ich alles ja vorbei ist. Erstmal, wer es nicht gesehen hat, worum ging es bei dieser Veranstaltung überhaupt? Promis unter Palmen war quasi Sat.1 Antwort auf das Sommerhaus der Stars, was ja so ein RTL-Format war, was ich mir nicht geben konnte, weil ich die Fresse von Willi Herren nicht mehr sehen kann. Und Michael Wendler war auch dabei. Ja. Nee, einfach nur nee. Und sicherlich hätte man auch das als so eine Art Best of Promi Big Brother bezeichnen können, aber ich fand jetzt nicht, dass das jetzt so die besten Kandidaten waren, die bei Promi Big Brother zu sehen waren bisher. Deshalb, ich habe mir das nicht gegeben. Bin ja auch eigentlich gar nicht so der Promi-Trash-Gucker. Das Einzige, was ich mir halt immer jedes Jahr angucke, ist Promi Big Brother. Und ab und zu mal Adam sucht Eva, wenn halt Promis dabei sind. Ich meine, mal ein bisschen nackte Leute gucken. Das war es dann auch schon. Und nun hat eben Sat.1 nachgezogen mit Promis unter Palmen. Wo ich schon eher sagen würde, dass, also alleine als ich die Kandidatenliste gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das wird gut. Das wird verdammt gut. Weil da haben sie wirklich die besten Kandidaten rausgegriffen, die in allen bisherigen Promi Big Brother Staffeln dabei waren. und die, wo das Eskalationspotenzial auch am höchsten ist und haben die alle zusammen in diese Villa geschmissen. War das eine Villa überhaupt? I don't know. Irgendwo in Thailand. Also sie mussten dann in Spielen gegeneinander antreten. Am Ende muss auch immer einer aus der Verlierergruppe gehen. Und ganz am Schluss hat dann jeder nochmal so eine Challenge gemacht. Und ja, dann wurde danach entschieden, wie schnell die eben bewältigt wurde. Und derjenige hat dann gewonnen. Was bei diesem Entwurf, bei diesem Konzept schon mal negativ auffällt, es gab überhaupt keine Interaktionsmöglichkeiten für die Zuschauer. Was ja ganz anders ist als Promi Big Brother. Also Zuschauer konnten überhaupt nicht ins Geschehen eingreifen. Konnten überhaupt nicht abstimmen, wen sie dabei haben wollen weiterhin. Sondern es war ja wirklich, die haben das alle unter sich ausmachen müssen. Beziehungsweise eben in Spielen entschieden. Wo ja auch eigentlich schon direkt alle Leute benachteiligt waren, die halt eben nicht sportlich sind. Also gerade so die ältere Fraktion hatte sowieso von Anfang an bei diesem Entwurf keine Chance zu gewinnen. Ja, also hier Ronald Schill, Claudia Obert, Desirinik. Wie sollen die bitte bei so einem Parcours da im Finale, wo Sportlichkeit zählt, gewinnen? Also klar, hier und da waren auch ein paar Denksportaufgaben, aber die waren jetzt auch nicht so krass schwer, dass man da jetzt, wenn man körperlich eben nicht so fit ist, noch ordentlich was hätte rausschlagen können. Also das fand ich auch so ein bisschen unausgewogen, dass ja doch sehr viele Spiele aus dem Finale darauf bauen, dass man eben sportlich ist und die Leute, die halt unsportlich waren und körperlich nicht solche Leistungen erbringen konnten, die waren halt systematisch benachteiligt in dem Format. Und das finde ich halt blöd, weil eigentlich diese Spiele standen mir viel zu stark im Vordergrund. Und ich glaube, kein Mensch guckt diese Formate wirklich wegen den Spielen, weil die sind zwar für die Leute, die die machen, in dem Moment spannend und interessant, aber für den Zuschauer eher nicht so. Also klar, bei so Denksportaufgaben, wie jetzt so dieses Streichholz-Rätsel, wo da eine Matheaufgabe auf dem Boden war und man musste halt ein einziges Streichholz anders legen, damit die Matheaufgabe Sinn ergibt, dann sitze ich natürlich vorm Fernseher und mache mir auch einen Kopf und denke dann, ach ja, wie könnte das sein und ach, vielleicht so und so und keine Ahnung. Aber bei diesen ganzen sportlichen Challenges, was willst du da machen? Du kannst einfach nur stumpf zusehen, bist dazu verdammt als Zuschauer, dir das zu geben, ob das jetzt spannend ist oder nicht. Und eigentlich das, wofür man das guckt, sind natürlich die Intrigen, der Trouble, das Mobbing, einfach diese ganze Dynamik zwischen den Charakteren, zwischen den Akteuren. Deshalb, also das fand ich halt auch ein bisschen doof, deshalb dementsprechend war die Finalschau auch ziemlich langweilig, weil ja nur noch gespielt wurde und eigentlich dieses Miteinander überhaupt nicht mehr eine Rolle gespielt hat, also davon hat man gar nichts mehr gesehen, sondern es war ja einfach nur eine Aneinanderreihung von Spielen. Das wurde auch heftig kritisiert, vor allen Dingen da die Spiele auch so isoliert stattfanden. Also jeder hat für sich isoliert diese Aufgaben gemacht und am Ende wurde verkündet, wer eben am schnellsten war. Und dadurch war auch so ein bisschen dieser Wettbewerb einfach raus, also so eine Art Wettrennen oder sowas oder, keine Ahnung, wenn sie gleichzeitig in verschiedenen Disziplinen gegeneinander hätten antreten müssen, dann wäre es, glaube ich, echt spannender geworden. So war die Finalschau total langweilig. Viele hatten nach der vorletzten Folge schon angekündigt, dass sie die Finalschau sich gar nicht mehr angucken werden, wegen den ganzen Mobbing-Exzessen, ja, wo wir beim nächsten Punkt wären. Und Leute, falls ihr zu der Fraktion gehört, ihr habt es richtig gemacht, weil ihr habt überhaupt nichts verpasst. In der Finalschau ist halt einfach auch nichts mehr passiert. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wenn es eine zweite Staffel geben sollte, was ich durchaus denke, weil Staffel 1 eben so hohe Wellen geschlagen hat, sowohl was gute Einschaltquoten anbelangt, als auch, ja, komme ich gleich zu. Dann bitte Sat.1, macht das Format ein bisschen anders, macht daraus eine Show, die nicht aufgezeichnet wird, sondern so eben stattfinden kann, dass auch die Zuschauer entscheiden können, wen sie weiterhin dabei haben wollen. Also das fand ich halt einfach blöd, dass du dazu verdammt bist mit anzusehen, wie einfach die bescheuerten Assi-Bratzen weiterkommen, weil sie in irgendeinem Spiel Glück gehabt haben oder einfach im richtigen Team gewesen sind und dann immer die falschen Leute auch noch Käpt'n geworden sind, die man raushaben wollte und sich da immer wieder eine Runde weiter bis ins Finale gerettet haben, obwohl sie da überhaupt nichts zu suchen hatten. Und, ja, Katastrophe einfach. Dieser ganze Aufbau-Katastrophe. Ja, also das Highlight war wirklich die Auswahl der Kandidaten und der große Minuspunkt eben, dass der Zuschauer nicht eingreifen kann. Das ganze Ding wurde, glaube ich, letztes Jahr im Herbst abgedreht. Also muss ja ziemlich kurz nach dem Finale von Promi Big Brother gewesen sein, weil Tobi in einem Interview gesagt hat, das wäre unmittelbar nach seiner Trennung mit Janine gewesen, die ja so ungefähr einen Monat nach dem Ende von Promi Big Brother war. Und, dass er da auch einen ziemlich heftigen Shitstorm an der Backe hatte wegen der Trennung und dann kam eben Promis unter Palmen und er ist deshalb auch schon so ein bisschen deprie in dieses Format rein geflogen. Ja, hat aber hier gut Pluspunkte sammeln können, um seinen Ruf halbwegs wieder herzustellen. Aber, ja, warum hat Promis unter Palmen so hohe Wellen geschlagen? Wir hatten Mobbing-Exzesse, Claudia Obert ist heftigst in die Mangel genommen worden von allen Seiten, da sind verbale Äußerungen gefallen. So was sagt man wirklich niemandem? Jemals? Egal, weshalb? Ja, also Carina Spack allen voran hat zu Claudia Obert gesagt, sinngemäß, du bist die Einzige hier, auf die niemand zu Hause wartet und über die sich niemand freut, wenn du zurückkommst. Sagt man nicht, wie kann man so abartig und eklig sein, charakterlich, dass man sowas den Menschen sagt. Also, da müsste derjenige mir schon einiges angetan haben, um das von mir so eine Äußerung käme. Und es ist jetzt nicht so, als hätte Claudia jeden Einzelnen von denen irgendwie gedesireenigt. Also, die hat ja jetzt nicht übelst die Leute beleidigt. Also, da hat Desireen nicht schlimmere Sachen gesagt und ist dafür weniger angegangen worden. Und ja, dann gibt es ja diesen Carsten Stahl, der irgendwie auf jede Mobbing-Situation in irgendeinem TV-Format lauert und dann meint, er muss die Sender anzeigen. Ich glaube nicht, dass dabei was rumkommen wird. Aber, tatsächlich wurde die fünfte Episode, also die vorletzte, wo es so ganz schlimm und unangenehm war, auch für den Zuschauer, sich das überhaupt anzusehen, weil es da so krass eskalierte mit dem Mobbing. Die ist tatsächlich jetzt von der FSK erstmal zur Überprüfung ausstehend. Also, die wurde jetzt auch von der Internetplattform, von dem Streaming-Portal runtergenommen erstmal. Da wird auch nichts bei rumkommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Folge jetzt irgendwie eine FSK 12 oder höher bekommt. Obwohl FSK 12, ja, vielleicht durchaus, aber höher als FSK 12, die wird auf jeden Fall wieder da reingestellt werden. Wenn sich die Situation ein bisschen beruhigt hat, also ich weiß auch nicht, was die sich davon jetzt erhoffen. Ich finde auch ganz richtig, was Sat.1 gesagt hat. Im Endeffekt überlassen wir den Zuschauern, das Ganze moralisch für sich selbst einzustufen und zu bewerten. Das ist ja auch vollkommen richtig. Also, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Bevormundung und Übergriffigkeit erwachsenen Menschen gegenüber. Das geht gar nicht. Deshalb finde ich das absolut in Ordnung und richtig so, dass der Sender das auch so ausgestrahlt hat, wie es war. Was soll man das auch beschönigen? Und das hat Karrieren beendet und das habe ich noch bei keinem Format erlebt. Und ich habe ja viele Borme Big Brother Staffeln gesehen und also eigentlich in jeder Staffel wird doch immer irgendjemand gemobbt. Und das hat noch nie so hohe Wellen geschlagen, dass du wirklich danach sagen konntest, okay, dessen Karriere ist jetzt an diesem Punkt vorbei. Der oder die kann gesellschaftlich einpacken. Noch nie. Und ich finde das richtig gut. Warum nicht schon früher? Ja. Also, in dem Fall sind es halt wirklich Carina Spack, Matthias Manjapane, den ich im Folgenden nur noch Mongopanne nennen werde. Und Bastian Jotter, also die drei, die sind ja jetzt quasi unbeliebter als Hitler. Ja, also die will keiner mehr sehen. Die haben ihre ganzen Werbeverträge gecancelt bekommen nach der Aktion. Zum Beispiel Carina Spack hat wohl irgendwie, keine Ahnung, ging wohl irgendwie um Zähne, Zahnbleaching, Zahnpasta, was weiß ich was. Sollte sie Werbung für machen auf Instagram. Und dieser Auftrag wurde ihr entzogen, dass sich das Unternehmen von Mobbing distanziert. Und auch sonst, sind hier wohl viele Aufträge jetzt entzogen worden. Also da geht die Karriere gerade total den Bach runter, falls man das überhaupt Karriere nennen konnte. Bei Bastian Jotter, dem fliegt alles um die Ohren, weil Vorwürfe geleakt sind, dass er frauenfeindlich ist, Tiere quält und was weiß ich noch was vielleicht in dem Keller hat. Zusätzlich dazu, dass er sich halt auch wie der letzte Arsch benommen hat im ganzen Format. Sehr gekünstelt aufgetreten ist. Also wenn ihr mich fragt, ich finde, der ist ein Psychopath. Der ist ein Psychopath. Also der ist so, wie soll ich sagen, er hat diese Art, sich anders ganz selbst wahrzunehmen, als er tatsächlich ist und sich auch selbst anders darzustellen. Ja, und bei ihm ist halt wirklich so gewesen, dass man bei vielen Situationen gedacht hat, okay, das macht er jetzt wirklich nur, um bei den Zuschauern Pluspunkte zu sammeln und nicht aus Menschlichkeit und Nächstenliebe. Aber auch dazu kommen wir später. Ich werde ja jeden Kandidaten im Detail nacheinander besprechen, wie ich das immer so mache bei solchen Videos. Und ja, das ist halt so der Background, einfach warum alles so hochgekocht ist. Der Sender wurde angezeigt. Carina Spack hat jetzt auch noch die Leute angezeigt, die ihr Morddrohungen geschickt haben. Also so weit ist es gekommen, tatsächlich. Und ja, wir werden das Ganze jetzt mal so ein bisschen durchleuchten. Ich glaube, zum Aufbau der Show habe ich genug gesagt. Ich glaube, zum Drumherum habe ich genug gesagt. Gucken wir uns doch mal die Kandidaten an. Und zwar am besten in der Exit-Reihenfolge. Da hätten wir zuallererst Ernesto Monte. Der ist ja schon in der allerersten Show rausgeflogen. Gott sei Dank, weil Desiree Nick wäre also die Alternative gewesen. Sie mussten sich entscheiden, wen sie rausschmeißen, Desiree Nick oder Ernesto Monte. Und das hätte der Show nicht gut getan, wenn Desiree Nick zu dem Zeitpunkt schon geflogen wäre. Sagen wir es mal so. Und Ernesto Monte, was hatte der zu bieten für die Show? Also der kam da rein und alles, was man von ihm gesehen oder gehört hat, war nur, ja, ich habe mir den Penis verlängern lassen operativ. Schön für dich. Ich denke mir, bei sowas immer, also es gibt ja genug Frauen, die sich die Brüste machen lassen und die zeigen dir dann überall rum, lassen jeden mal anfassen, so. Wenn man so einen Eingriff mal hat machen lassen, dann will man ja auch ein bisschen prahlen und zeigen und so. Und da habe ich irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet. Ich habe gedacht, Mensch Junge, warum redet ihr die ganze Zeit darüber? Hol doch einfach dein Ding raus, pack es auf den Tisch und zeig es denen. Ja, es ist doch dann, in dem Moment, wenn ich sowas habe machen lassen, dann mache ich das doch auch nicht nur für mich selbst, sondern auch um es zu zeigen. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Oder ich thematisiere es gar nicht erst in der Öffentlichkeit. Es wäre wahrscheinlich sowieso zensiert worden. Also in dieser Show wurden keine Schwänze gezeigt, keine Vaginas. Okay, ich wüsste jetzt auch nicht, wer da wirklich unten ohne rumgelaufen wäre von den Frauen. Aber es wurden alle Schwänze und so zensiert. Bei Ronald Schill, wenn der irgendwie wieder nackt beschlafen hat, da hat man immer, ich weiß gar nicht, eine Aubergine, eine Ananas, irgendwas haben sie immer davor gepackt. Also das wäre eh zensiert worden für uns Zuschauer, aber trotzdem ging mir das so ein bisschen auch ein Keks. Sie ist drum rumgelaber und keine Ahnung, dann ist er noch zu so einer Ikone aufgebauscht worden für Männer als Vorbild mit dieser Schwanzverlängerung und keine Ahnung was. Also erstmal mein Standpunkt dazu, ich verurteile jede Form von plastischer Chirurgie. Ich finde es viel wichtiger, dass Promis dafür einstehen, natürlich zu bleiben, nichts an sich machen zu lassen und einfach zu seinem Körper zu stehen, so wie er ist. Das eine oder andere Muttermal kann sich mir jeder wegmachen lassen, aber es geht mir wirklich darum, dass ich das eigentlich kein gutes Vorbild finde und es gab ja offenbar Komplikationen bei seiner Penisverlängerung, sonst hätte er nicht noch einen zweiten Eingriff machen lassen müssen. Also, ja, macht es nicht, seid einfach zufrieden mit dem Schwengel, den ihr in der Hose habt, egal wie lang, dünn, dick, hart, was weiß ich was. Das ist eigentlich viel wichtiger, dass man eben einfach damit zufrieden ist und sich da nicht irgendwie reinreden lässt oder sich verunsichern lässt von anderen Leuten. Ja, das ist alles, was ich zu dem Charakter sagen kann. Ich kannte ihn vorher überhaupt nicht. Ich habe ihn durch dieses Format überhaupt erst kennengelernt, fand ihn total uninteressant. Wie gesagt, dann war da nur dieser Penis-Talk, der endlos sich in die Länge zog und wo irgendwie die ganze Zeit gefühlt nur um den heißen Brei herum geredet wurde und dann war er auch schon raus und ich war auch heilfroh. Ja, dann als nächstes Eva Binne Tattoo. Die hat ja einen Platz in meinem Herzen allein dadurch, dass sie die Einzige, wirklich die Einzige gewesen ist in ihrer Staffel Promi Big Brother, die dem YouTuber Chris die Stirn geboten hat, weil dieser Typ ist so ein unmöglicher Vollpfosten, so ein richtig widerlicher Schmierlappen, der nichts anderes kann, als über andere Leute herzuziehen. Also so wie ich es jetzt gerade mache, fällt mir mal gerade so auf, ein bisschen Selbstreflexion am Rande muss ja auch sein. Aber hey, die haben ja danach gerufen, die haben ja danach gebrüllt, wenn sie in so ein Format gehen, dass man ein bisschen über sie lästert hinterher. Und ich habe ja auch über manche Leute Gutes zu sagen, so ist es ja nicht. Aber Chris hat ja durchweg alle seine Mitbewohner die ganze Zeit nur kritisiert und die waren Untermenschen und Scheiße und jede Handlung von denen wurde immer direkt total negativ bewertet und mit Lästern und Mobbing belohnt. Ein totaler Minusmensch und das fand ich halt gut. Die Eva war wirklich die einzige, ironischerweise, die die Eier in der Hose hatte, als Frau zu sagen, Chris, du bist ein Arschloch. Und dafür habe ich sie übelst gefeiert und habe mich auch gefreut, dass sie bei dem Format dabei war. Leider, leider ist sie in dem Ganzen so ein bisschen farblos geblieben. Dementsprechend fand ich es dann auch nicht so schlimm, dass sie so früh gehen musste. Die einzige Eva-Szene, an die ich mich jetzt gerade so erinnere spontan, da gab es diese total erotisch aufgeladene Dusch-Szene von Bastian Jotter. Ich meine, das muss man ihm lassen. Er hat wirklich einen tollen Körper. Bei allem Hate. Der war ja auch schon bei Adam sucht Eva dabei und hat da blank gezogen. Auch was er in der Hose hat. Okay. Da wurde es tatsächlich bei ihm als einzigen öfters mal zensiert, weil er irgendwie ständig eine Erektion hatte in dem Format. Aber, ja. Wenn man es mal gesehen hat, das sah auch nicht übel aus. Und das war so lustig, wie er da duscht, komplett nackt. Und, wie gesagt, für uns Zuschauer wurde es halt zensiert. Und Janine Pink hat halt auch dann zugeguckt und so die ganzen Mädels scharrten sich zusammen und waren total rollig und man hat gedacht, oh, gleich passiert irgendwas. Und dann kommt er aus der Dusche raus und labert von seinem Eiterpickel. Und ich habe gedacht, what the fuck? So, diese ganze erotisch aufgeladene Stimmung einfach mal ins komplette Negativ umgekehrt. Von einem Moment auf den anderen. Was ist mit dem los? Warum ist dieser Mensch so ein Pickelherd? Also, das war ja nicht das einzige Mal, dass das thematisiert wurde, dass er irgendwie viele Pickel hat, die man ausdrücken muss. Und dann ist eben, ich glaube, Eva war es. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, Eva war es, die ihm dann den Pickel ausgedrückt hat. Bah! Einfach nur bah! Ich hätte nichts davon sehen müssen, ich hätte nichts davon gebraucht. Einfach nur bah! Und ich verstehe auch diese Menschen nicht, die das befriedigend finden oder irgendwie geil finden, Pickel auszudrücken. Also, das, was dem am nächsten kommt, war ja wirklich, dass ich mal einem Freund, weil er so einen komischen Hubbel hatte, am Rücken, dass ich den ihm aufgeschlitzt habe. Aufgeschlitzt, klingt voll brutal. Aber mit so einem Skypell aus der Apotheke, einfach damit das Blut abfließen kann, was ich da irgendwie angestaut hatte. Und dann war dieser Hubbel danach auch weg. Es hat dann geblutet wie Sau und dann war es halt weg. Solltet ihr nicht daheim nachmachen, das war natürlich überhaupt nicht ärztlich ratsam wahrscheinlich, was wir da gemacht haben, aber es hat ja nicht geschadet, er lebt immer noch, es ging hygienisch ab. Ja. Das war okay, weil es ja, gut, wir haben jetzt vermutet, dass da irgendwie Talg drin ist oder sowas, dass das dann irgendwie doch nur aus Blut bestand, dieser ganze Hubbel. Hat mich dann auch ein bisschen überrascht, aber ja, mit Blut habe ich auch keine Probleme, ehrlich gesagt, aber Alter, ernsthaft, muss das sein? Pickel ausdrücken und so. Ich finde es ja bei mir selber schon eklig, wenn ich dann irgendwie noch so einen spätpubertären Pickel entdecke, da ein bisschen dran rumdrücke, auf einmal macht es Plotsch und der ganze Spiegel ist voll. Und ich denke mir nur, nee, muss das jetzt sein? Und dann gibt es dann wirklich Leute, die dann todesmutig da rausziehen und anderen Pickel ausdrücken und das geil finden und daraus irgendeine Art von Befriedigung ziehen? Eww. Oh, kennt ihr den Sender TLC? Da gibt es auch immer diese Werbung für Dr. Pimpelpopper. Also so ein, boah, Leute, ich glaube, ich muss kotzen, wenn ich nur drüber rede. Guckt es euch mal an, tlc.de, Dr. Pimpelpopper, eine Frau, die halt wirklich widerliche Pickel ausdrückt und operativ entfernt. Bei manchen Leuten ist ja dann hinterher nicht mehr viel übrig, wenn der Pickel dann weg ist. Es ist so abartig und vor allen Dingen, ich gucke mir auf TLC andere Sendungen an und meistens, natürlich gerade dann, wenn ich am Essen bin, kommt die Werbepause und fängt natürlich sofort mit einem Trailer an für Dr. Pimpelpopper. Und ich gucke dann nur noch auf meinen Teller mit Essen vor mir und möchte am liebsten alles wieder auskotzen. Oh, ich fand das so eklig. Ich fand es cool, dass der Sender Eva zumindest dann später die Rolle der Moderatorin anvertraut hat fürs Finale, also einfach den Sieger zu küren. Die Siegerehrung wurde ihr anvertraut, das fand ich cool. Tat mir ein bisschen leid, dass sie so früh gegangen ist, aber sie stand zur Auswahl tatsächlich gegen Janine Pink und das war so spannend. Also gerade diese ersten Votings, wo entschieden werden musste, wer geht, die waren so spannend und interessant. Also man hätte auch überhaupt nicht vorher abschätzen können, wer es jetzt wird. Also gerade bei der ersten Wahl, die Serie Nick oder Ernesto Monte, hatte sich die Serie Nick am Tag zuvor schon so unmöglich gemacht bei allem. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Tobi dann kommt und sagt, ja, ich wähle Ernesto Monte raus, weil ich so eine enge Bindung zu Desiree Nick aufgebaut habe. Ja, wo dann jeder so gedacht hat, nee, du hast einfach nur Angst von Desiree Nick umgebracht zu werden im Schlaf, wenn du sie jetzt rauswählst. Was vernünftig gewesen wäre. Also Leute, wenn ich in dem Format gewesen wäre, ich hätte auch immer schön die anderen rausgewählt und nie die Serie Nick, weil dafür wäre mir mein Leben zu lieb gewesen. So. Zweites Voting, Eva Benetatou versus Janine Pink. Und jedes Mal, witzigerweise, bei den ersten beiden Wahlen, war es Tobi, der die entscheidende Stimme hatte. und der ist halb verzweifelt und er ist fast in Tränen ausgebrochen und man hat ja wirklich gedacht, okay, der haut jetzt die Janine raus, damit diese unangenehme Situation einfach vorbei ist, dass er da in diesem Format hockt mit seiner Ex-Freundin, wo ihn ja alle hassen, da draußen, ganz Deutschland hasste ihn, dass er mit ihr Schluss gemacht hat und hat da aber Eva rausgewählt und hat gesagt, ja, Janine und ich, wir haben eine Vorgeschichte, wir haben viel miteinander erlebt, wir haben eine Bindung und mit Eva habe ich nicht so den Draht, also, und das war natürlich auch ein Moment, da hat er sehr viele Minuspunkte wieder wettmachen können, die er vorher durch diese ganze Trennungsgeschichte eben gesammelt hat und ist natürlich dann da auch sehr hoch gewachsen in dem Moment, auch für den Zuschauer. Und hat ja auch Ronald Schilz ihm gesagt, menschlich gesehen war das eigentlich die beste Entscheidung, die du hättest treffen können. Es war halt anständig, du warst es ihr schuldig. Womit wir auch beim nächsten Thema wären, Ronald Schilz, ja, auf den ja immer alle so rumhacken und der auch total gehasst wird und, ach Gott, schon in die Nazi-Szene teilweise gesteckt wird, was ich ja auch halt irgendwie total unmöglich finde. Also, heutzutage ist ja jeder Politiker, der rechts einzustufen, ist automatisch rechtsradikal. Leute, es ist ein Unterschied, ob jemand eine rechte politische Einstellung hat oder wirklich rechtsextremistisch oder rechtsradikal ist. da liegen nochmal Dimensionen und Welten dazwischen. Ich finde das auch unmöglich, wenn Leute dann direkt solche Leute als Rassisten abtun, als Nazis, als keine Ahnung was. Geht gar nicht. Also da seid ihr bei mir vollkommen unten durch, sowas geht gar nicht. Jeder sollte seine politische Meinung haben dürfen und die muss nicht bei allen linksgrün versifft sein und alles so schön bunt hier und gut Menschen und keine Ahnung was. Wenn es die eine Seite gibt, muss es auch die andere Seite geben, die sagt, es kann nicht immer so weitergehen mit Einwanderung und irgendwann sind unsere Sozialsysteme eben leer, wenn wir hier alle möglichen Flüchtlinge durchfüttern. Also ich finde, es muss auch dieses Gegengewicht geben, sonst sind wir alle dem Untergang geweiht, sonst ist für nichts mehr Geld da und wir können auch nur noch uns um Ressourcen kloppen irgendwann. So würde es dann kommen. Also deswegen. Und ein Beispiel mal gerade, weil ich habe ja auch das Buch gelesen tatsächlich, ich habe mir diese Autobiografie von Ronald Schill gegeben und ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, also ich kann es echt nur empfehlen, der Provokateur, hier und da mal ein bisschen Sexgeschichten, aber das meiste war tatsächlich wirklich so das politische Schaffen und was da alles ihm angekreidet wurde und was da wirklich alles war und so weiter und so fort und warum seine Schill-Partei quasi gescheitert ist, woran es letztendlich hing und so weiter und so fort. Und da war eine Episode, die war sehr bezeichnend, wo er Afrikaner zurückgeschickt hat oder zurückschicken wollte in ihr Land, weil sie hier in Deutschland sich nicht integrieren konnten, nur mit Drogen gedealt haben und kriminell unterwegs waren und er hat wirklich dem afrikanischen Präsidenten dafür, dass er die Leute zurücknimmt, einen Millionenbetrag angeboten und der afrikanische Präsident hat abgelehnt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Also da müsste doch wirklich der antirassistischste Gutmensch mal ein bisschen ins Grübeln kommen bei dem Beispiel, dass vielleicht nicht jeder unbedingt eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben sollte. Ja, wenn er nicht mal das eigene Land diese Leute zurücknehmen möchte, für so viel Geld vor allen Dingen. Das ist ja Bescheid. Und, ach Gott, da gibt es ja auch noch diesen Podcast, also es wurde noch so ein Podcast gemacht, tatsächlich, zu Promis unter Palmen, mit dem Titel Niemand muss ein Promi sein und da ist Ronald Schill ja auch von Anfang an nur gehatet worden, als Rassist und er hat den Hügel nicht in die Sendung. Wohlgemerkt, der weibliche Part, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie hieß, Dr. Irgendwas, ist bekennende Kommunistin, ja, und sagt dann, ja, wir holen uns keine rechten Politiker in die Sendung. Also die ist für mich linksextrem, die Frau und das finde ich genauso schlimm wie Rechtsextremismus. Also ich vermeide es grundsätzlich in meinem Kanal über politische Themen zu reden, hat hier nichts verloren, aber geht halt nicht, wenn man über die Person Ronald Schill redet, das rauszulassen. So menschlich gesehen kann man von ihm halten, was man will, aber er ist eben kein Rassist und schon gar kein Nazi, sondern er hat einfach nur für Rechtsprechung gesorgt. Und es gibt den Begriff Kuscheljustiz hier in Deutschland nicht ohne Grund. Es ist ein Unding, dass Täter von wirklich schlimmen Straftaten, wie Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und so weiter, dass die einfach instant auf freien Fuß gesetzt werden hier im Land, dass denen überhaupt nichts passiert. Ja, und dass die mit allem wegkommen. Es ist furchtbar, wir haben keine Rechtsprechung mehr in Deutschland. Es ist unmenschlich. Und er hat eben harte Rechtsprechung an den Tag gelegt, aber eben so, wie sie eigentlich sein müsste, dass die Täter bestraft sind und die Opfer in Sicherheit. Und natürlich auch die Ehre der Opfer damit gewahrt und beschützt wird, weil wie fühlt sich denn auch ein Vergewaltigungsopfer, wenn im Gerichtssaal beschlossen wird, ach ja, der Täter, der kann jetzt mal ein bisschen gemeinnützige Arbeit machen, dann ist er wieder auf freien Fuß und kann andere Frauen vergewaltigen. Oder Männer. Oder was weiß ich, was für Tiere. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde, dass, wenn jemand ein Verbrechen begeht, die Justiz mit voller Härte zuschlagen muss, um die Sicherheit für alle anderen Menschen zu gewährleisten. Sonst braucht man keine Rechtsprechung. Sonst kann man die ganze Judikative abschaffen. Aber für diese Verurteilungen ist er eben sehr angekreidet worden. Ich brauche jetzt hier nicht die ganze Lebensgeschichte von ihm zu erzählen. Sie spielt für dieses Video eigentlich keine Rolle. Ich weiß gar nicht, warum ich so weit ausgeholt habe. Aber, klar, er ist ein notgeiler Typ. Ein Lustkreis, Lustmolch, all sowas kann man ihm gerne ankreiden, aber bitte nicht die Rassismuskeule oder Nazi-Keule oder was weiß ich was. Ich meine, hallo, der Mann lebt in Brasilien und hat sich da halbwegs integriert. Also kann er so rassistisch schon mal nicht sein. Und das war halt auch sowas, was er halt in seinem Buch auch genau so eigentlich erwähnt hat, dass er findet, dass, wenn ich als Ausländer in ein anderes Land gehe, ich dann dort eben versuchen muss, mich zu integrieren und das nicht sein kann, dass man dort dann Parallelgesellschaften bildet. Damit meine ich überhaupt nicht, dass ich was dagegen habe, wenn sich irgendwie, zum Beispiel, Vietnamesen untereinander vernetzen, weil das tun die. Das ist echt krass. Jeder Vietnamesen kennt jeden in Deutschland. Das ist überhaupt kein Problem, aber dass man eben trotzdem auch noch irgendwie natürlich auch versucht, sich da mit den Deutschen eben abzugeben und da Anschluss zu finden und nicht so in seiner Familiensippe hockt. Das ist halt keine gelungene Integration dann. Und natürlich bei diesem ganzen Thema geht es dann nur um Integration. Genug dazu, zu dem politischen Part. auf jeden Fall wird ihm ja auch schon mal vorgeworfen, er wäre ein Psycho und ich habe auch einige Reaction-Videos gesehen zu Promis unter Palmen, wo er halt wirklich sehr negativ aufgefasst wurde. Und jetzt möchte ich mal, dass jeder mal einen Moment innehält und mal drüber nachdenkt. Dieses ganze Claudia-Obert-Mobbing ist erst dann hochgekocht und eskaliert, als Ronald Schill nicht mehr da war. Jetzt darf jeder von euch mal überlegen, wo da der Zusammenhang ist. Also bei aller Unmenschlichkeit, die diesem Mann immer wieder vorgeworfen wird, er ist ein Empath, er kann sich in andere Menschen hineinversetzen, er ist kein Psychopath, er ist kein Soziopath. Er ist durchaus charmant. Klar, es war nicht besonders charmant, dass er diversen Frauen auch an die Genitalien gegriffen hat in der Show und das nicht nur einmal, aber er hat natürlich Intellekt, er ist lustig und natürlich hat er in vielen Situationen quasi die Popcorn-Tüte, die sinnbildliche rausgeholt, sich zurückgelehnt und genossen, wie die Weiber sich gegenseitig an die Gurgel gegangen sind. Aber wer kann es eben denn verdenken, Leute, was haben wir denn gemacht? Wir haben uns das angeguckt, daheim vom Fernseher und hatten auch unsere Tüte Popcorn quasi dabei oder irgendeinen anderen Snack und haben das auch übelst gefeiert, wie Desireannik und Claudia-Obert sich da ihre Wortgefechte in der ersten Folge geliefert haben. Beziehungsweise in den ersten beiden Folgen. Also das fand ich überhaupt nicht verwerflich. Er hat ja am Ende sogar Claudia-Obert und Desireannik miteinander versöhnt, indem er beide dazu gebracht hat, mal zusammen einen zu trinken. Also menschlich gesehen ist der Typ sehr menschlich. Komisch formuliert, aber ich glaube, es wird langsam klar, worauf ich hinaus will. Solange er im Haus war, er hat es auch absolut unterbunden, diese Jotter-Aktion, wo Jotter dann sich vor die Gruppe gestellt hat und gesagt hat, jo, Leute, wir müssen jetzt alle geschlossen Claudia-Obert verlieren lassen und rauswählen. Da hat er gesagt, nee, gerade mal nicht und so hat das hier nicht abzulaufen. Das ist ja wohl total hinterfotzig. Also deswegen, man kann viel über ihn sagen, aber menschlich ist er auf jeden Fall der Faktor gewesen, der verhindert hat, dass das Mobbing im Haus eskaliert. Oder dass überhaupt Mobbingprozesse, ja gut, die haben schon vorher stattgefunden, aber da hat es sich noch sehr in Grenzen gehalten zu dem, was danach gewesen ist. Natürlich hat er auch einen großen Unterhaltungsfaktor gehabt, sei es als er in der ersten Folge, ich hab's ja schon angesprochen, Claudia-Obert unter den Rock gegriffen hat, was sie aber auch wollte. Und ich hab auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dieser ganze Streit zwischen Claudia-Obert und Desiree Nick auch viel mit dem Ronald Schill zu tun gehabt hat. Also dass dann auch irgendwie beide so ein bisschen heiß waren auf den und er hat sich nur gedacht, naja, eigentlich seid ihr mir beide zu alt, weil er steht ja eher auf jüngere Frauen. Das war herrlich, das war wirklich herrlich. Wie dann dieser Zickenkrieg entbrannt ist um Ronald Schill und Desiree Nick guckt das an aus der Ferne mit ihrem Mongo-Panel als Mitläufer, keine Ahnung, Anhang, was auch immer. Guckt ihr das mal an, der isst die am Fingern! Diese Sau! Und so, das fand ich herrlich. Und dann später hat er mit Janine Pink die Füße massiert und sie hat halt einfach gedacht, ja, geil, ein Mann, der mir die Füße massiert. Nur war natürlich die Intention, dann auch noch an andere Körperregionen ranzukommen. Dann gab es diese total lustige Szene, die auch für Aufruhr gesorgt hat daheim vorm Fernseher. Wo manche dann meinten, öh, sexueller Missbrauch, öh, warum lacht Janine Pink das einfach so weg und keine Ahnung was. Leute, Janine Pink ist wirklich keine Frau, wo ich das Gefühl hatte, dass sie nicht zu jedem Zeitpunkt die Situation im Griff hatte und gegebenenfalls einfach mal ausgeholt und ihm eine gelangt hätte, wenn es zu weit gegangen wäre. Also ich fand, das hatte mit sexueller Missbrauch überhaupt nichts zu tun. Es war natürlich nicht die feine Englische, aber einfach diese wahnwitzige Situation. Da lagen Ronald Schill, Janine Pink, ich glaube Claudia Obert und Tobi oder Tobi in der Mitte und Claudia Obert außen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben irgendwie Claudia Obert und Tobi glaube ich miteinander gekuschelt und Janine Pink und Ronald Schill. Wohl gemerkt, wer es nicht wusste, Janine Pink und Tobi waren halt in Promi Big Brother letzte Staffel ein Paar beziehungsweise sind es da geworden. Haben danach eine Trennung gehabt, ich habe es eigentlich schon mehrmals erwähnt. und ja, und dann diese wahnwitzige Situation und Ronald Schill als versucht, ihr an die Monika zu gehen. Und sie dann immer nicht an meine Monika, du fasst nicht meine Monika an. Also Monika nennt sie ihre Vagina. Herrlich. Ich fand es total entertaining. Also so viel zu Schill, ich glaube zu Schill haben wir jetzt auch mehr als genug gesagt. Kommen wir zu Claudia Obert und ich glaube in selben Atemzug macht es eigentlich tatsächlich Sinn Desiree Nick auch zu behandeln, weil die beiden von Anfang an Rivalinnen waren. Wie gesagt, es fing ja eigentlich schon damit an, dass die beide dann scharf waren auf Ronald Schill und sich dann anfingen so um ihn ein bisschen zu betteln. Wobei es zwischen beiden in der Persönlichkeit einen großen Unterschied gibt. Desiree Nick macht auf feine Dame und Claudia Obert ist mehr so der Bauerntrampel. Ja, die hat kein Problem damit zum Schill hinzurennen und sich mal unterm Rock rumfingern zu lassen. Das ist so der Hauptunterschied zwischen den beiden. Und eigentlich hat man das gesehen und hat sich die ganze Zeit gedacht, in einem anderen Leben könntet ihr beste Freundin sein. Weil irgendwie passen die beiden auch zusammen. Ich glaube, Desiree Nick beneidet Claudia Obert irgendwie auch um diese Offenheit und einfach man selbst sein, statt immer eine Kunstfigur zu spielen. Und wenn eben dieses Selbst ist, dass man sich bauerndrampelig an den Nicks besten Kerl ranschmeißt und sich mal ein bisschen gehen lässt unter Alkoholeinfluss, und umgekehrt, Claudia Obert hatte ich das Gefühl, hat sehr viel Bewunderung für Desiree Nick auch und hebt die auch so ein bisschen auf dem Podest. Und was ich halt gut fand, ich habe Desiree Nick ja schon in Promi Big Brother gesehen, dass sie endlich mal jemanden hatte, der ihr die Stirn bieten konnte, der auf einer Ebene, auf Augenhöhe, mit ihr sich ein Wortgefecht liefern konnte. Das gab es in der Promi Big Brother Staffel, wo sie dabei ist, nicht. Da haben sie die auf engstem Raum gepfercht, mit so kleinen Püppchen, die vom Leben noch keine Ahnung hatten, die bei jeder Kleinigkeit beleidigt waren, rumgeheult haben. Das war ja total daneben. Und Desiree Nick funktioniert dann am besten, wenn man ihr eine Kontrahentin auf Augenhöhe gegenüberstellt. Und so war das halt hier. Und das hat mich auch so gefreut, weil ich genau wusste vorher, die beiden. Das gibt Bitchfight, aber das gibt guten Bitchfight, das gibt auf Augenhöhe. Alleine diese Wortgefechte der beiden in den ersten beiden Folgen waren herrlich. Claudia Obert ist ja trotz ihrem Alkoholismus immer noch eine sehr intelligente Frau und sehr redegewandt. Deshalb hat es auch wirklich Spaß gemacht, einfach, wie sie sich dann gegenseitig gedisst haben. Fing schon an mit so Kleinigkeiten, dass dann Desiree Nick da rumstolzierte und du mit deinen Billigklamotten, mit deiner komischen Modekollektion, guck mal hier, ich hab richtige Haute Couture an, das hat über 1000 Euro gekostet, das Kleid und Claudia Obert sagt, oh, dann bist du aber über den Tisch gezogen worden, weil so viel ist das nicht wert. Genial. Ganz großes Kino, hat ja auch Ronald Schill genauso gesagt in der ersten Folge, das war Unterhaltung vom Allerfeinsten. Also wer diese Folgen nicht gesehen hat, guckt sie euch unbedingt an. Gerade die ersten beiden Folgen waren das Beste, was dieses Format zu bieten hatte. Die beiden, ihre Battles waren einfach der Hit. dann gab es diesen einen Abend, wo alle Claudia Obert den bösen, bösen Alkohol wegnehmen wollten, sprich Jotta war mal wieder übergriffig. Und wo Ronald Schill dann ankam, mit Desiree Nick so einen Komplott geschmiedet hat, komm, die füllen wir jetzt richtig ab. Und dann war es ein richtig lustiger Abend. Die haben da Party gemacht, die haben ausgelassen geschäkert. Es gab sogar viele Andeutungen von Desiree Nick im Hinblick auf Claudia Obert, hier lass mal lesbische Action machen, was Claudia Obert irgendwie ganz toll fand, wo wir bei Thema wären, dass ich immer so das Gefühl hatte, dass Claudia Obert eigentlich tiefst in ihrem Innern eine große Bewunderung Desiree Nick gegenüber empfindet. Das hat funktioniert, die haben sich verstanden, die haben viel Spaß gehabt miteinander. Und die jungen Leute, die haben halt nur blöd drum rumgesessen, haben eine Fresse gezogen und waren angepisst, dass die die Obert abgefüllt haben. Wo ich mir in dem Moment gedacht habe, Leute, ihr habt das Format nicht verstanden. Man kann auch unterhalten und entertaining sein, wenn man mal nicht über andere Leute herzieht, über sie jammert, über sie meckert, sondern einfach nur Stimmung macht und ausgelassen ist. Und das können die irgendwie alle gar nicht. Also, es gab nicht einen einzigen Tag, an dem irgendjemand sonst irgendwie partymäßig unterwegs war, irgendwie ein bisschen gefeiert hat oder so. Aber nichts, die haben ja auch alle keinen Alkohol getrunken. Gut, ich meine, ich bin selber auch kein Alkoholtrinker und auch nicht so der Party-Mensch, aber dann brauche ich nicht in so ein Format gehen, wenn ich so entertaining bin wie eine Scheibe Brot. Man muss doch auch ein bisschen abliefern, man muss doch auch ein bisschen Party machen und vor allen Dingen, wenn dann welche Party machen, zumindest mal nicht dann in der Ecke hocken und eine Fresse ziehen und irgendwie angepisst sein auf die deswegen. Also, das fand ich total daneben. Und die Serie Nick hat ja wirklich auch eine Lanze gebrochen für ihre Generation. Aber gut, wir fangen mal chronologisch an. Also, da war ja auch diese Mobbing-Geschichte gegen Claudia Obert. Viele waren genervt davon von ihrem Alkoholkonsum und dass sie halt immer mal wieder reinkommt und dann Leuten sagt, ihr seid alle Hackfressen oder keine Ahnung was. Und dann wollte sie einmal sogar ins Meer gehen. Da ist ja dann Ronald Schill zu Hilfe geeilt und hat sie da weggezerrt. Nein, Claudia töte dich nicht. Wo wir wieder beim Thema wären Ronald Schill der Minusmensch, der Rassist, der Hitler, der Neuzeit. Von wegen. Und ich kann noch nicht mal sagen, was eigentlich der Punkt war, warum die anderen so extrem angepisst waren. Gut, sie hat nachher die Nominierungsrunde gar nicht mehr so richtig auf die Kette gekriegt. Da hat sie dann zur Eva gesagt, sie wählt Eva, weil sie noch jemanden zum Saufen will nachher. Hat aber nicht verstanden, dass sie eigentlich sagen musste, wer gehen soll. Und dann hat sie das Ganze nochmal wiederholt und dann mussten sie nochmal sagen, Claudia, ne, voll ein Sternhagel voll. Du musst zu Janine Pink gehen und ihr sagen, dass die gehen soll, wenn du die Eva als Saufkumpane nachher noch da haben willst. Also das war auch total lustig und eigentlich war sie eine unterhaltsame Trinkerin. Und das sind ja leider, leider die wenigsten. Also ich fand auch nicht, dass sie im Suff irgendwie aggressiv geworden wäre oder so, sondern die war einfach lustig. und trotzdem ist sie damit total angeeckt bei dieser ganzen Anti-Alkoholiker-Fraktion, sprich Jotta, Mongopanne, der wohl eigentlich selber ganz gerne mal bechert, weshalb ich das auch gar nicht so verstehe. Und eben die Spag, aka Dumme Petze, ich glaube genau, den Rest dieses Videos werde ich sie nur noch die Dumme Petze nennen. Also so war das mit Erobert sehr viel Entertainment, sehr viel abgeliefert. Ist dann eine Zeit lang immer wie so ein Schreckgespenst durchs Haus gegeistert und hat dann die Leute erschreckt. Das war auch ganz lustig, wie dann Dumme Petze und Janine geguckt haben, ob die Claudia Erobert überhaupt noch da ist und lebt. Und dann kommt sie da wie so ein Zombie um die Ecke geschlurft und die beiden erschrecken sich zu Tode. Das war herrlich. Von vielen gehasst, von den Zuschauern geliebt. Also für sie war diese Show wirklich Gold wert. Sie ist ja in der Beliebtheit, sie ging ja sehr steil nach oben. Also für sie war das definitiv eine gute Entscheidung bei dem Format mitzumachen. mitzumachen.